Am 17. September fiel der Startschuss für das größte Volksfest der Welt. Auch in diesem Jahr werden wieder Unmengen an Bier auf dem Münchner Oktoberfest ausgeschenkt. Doch welchen Gerstensaft haben die deutschen Bürgerinnen und Bürger am liebsten? Das Vergleichsportal Vergleich.org hat entsprechende Google-Suchanfragen ausgewertet. Auf Platz 3 landet demnach das Weizenbier mit immerhin rund 20.400 monatlichen Suchanfragen. Den Silberrang im Bierbeliebtheits-Ranking schnappt sich das Craft Beer. Etwa 28.000 Suchanfragen entfielen auf den handwerklich gebrauten Trunk. Das anscheinend beliebteste Bier der Deutschen kommt der Auswertung nach aus Nordrhein-Westfalen. Nach Kölsch wurde in einem Monat stolze 35.000 Mal gegoogelt. Natürlich lässt sich über Geschmack nicht streiten. Das sehen sicher auch die diesjährigen Wiesenbesucher so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017